Warte, noch einen kleinen Moment. Ich glaube, das ist RZ. Jetzt bewegt er sich, sicher. So, ich bin jetzt am Haus. Okay, warte, warte. Ich gucke aufs Haus. Warte, jetzt steht er auf, warte. Ja, ja, weil er mich gesehen hat. Ja, ich bin jetzt auf gebrochenen Beine. Ich bin tot. 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 Der Fug, Alter, wie viele sind denn das? Ich muss kurz trinken. Der Fug jetzt tot, Alter. Alter, ich sehe nichts. Ich bin tot. Gut. So, schnell jetzt. Also zwei Stück, sagst du? Ja, zwei. Jetzt habe ich hier einen Zombie hinter mir gefangen. Zombie kommen hier rein. Ja, was soll ich machen? Soll ich schießen? Nee, lass einfach. Kannst ja schnell wieder rauskommen. Okay. Erster Down. Nice. Ich komme zu dir. Der andere ist oben drauf, ne? Ganz oben? Ja. Müsste also hier oben in der nächsten Etage sein. Oder er steht unten. Oder der hat sich gerade gekillt, weil die liegen zwei Leichen. Aber du meinst jetzt nicht ganz oben auf dem Dach, oder? Nee, nee, nee. Hier oben, wo die Glaskuppel ist. Ja, dann gehe ich die Leiter mal hoch. Okay, ich gehe auch hoch. Achtung, ich muss gucken. Ich gucke noch gerade total personal da drüber mit der Leiter. Ja. Hier liegen zwei Leichen. Ich hoffe, ich werde nicht runtergeholt jetzt. Hier oben liegt eine Leiche. Aber ich kann ja jetzt nicht reingucken, weil so ein Spind im Weg ist. Oh, fuck. Oh! Unten? Ja, wie sind wir da hin? Der war ohnmächtig, nein! Bist du tot? Ja. Der liegt unten an der Leiche als Knochenbruch. Aimt der gerade auf uns, oder? Nee, läuft sehr kurz. Okay. Fuck, ey. Läufst du gerade die Gleise lang? Ich bin hinter den Gleisen. Läuft jetzt in den Wald rein? Ja. Okay, dann bist du... Ich bin direkt hinter dem... Oh, der hat extra die Waffe noch geweckt, wenn er so ein Scheiß... Okay, ich komme auch mal her. Ja, ich gehe auch mal her. Ich muss den Winding hinflit geben, damit er sich vandalieren muss. Boah, der diesklingt aber krass hell, die Gescheiße. Also siehst du den? Ja, der ist ungefähr... ...hundert Meter vor mir. Auf dem Berg ist welchen nach oben. Okay, warte, ich komme mal her. Hab ihn mitgegeben, nice. Sehr gut. Sehr gut. Lass ihn verbluten. Nice. Unterwegs. Ähm, soll ich das Auto schon mal reparieren? Ja. Nice. Ha.